Ich möchte jetzt mal wissen, wie es da aussieht. Das war nämlich ein Tag alt. Wie ist denn so, wie ist denn so, wie ist denn so der Content Creator-Bereich drauf in... iRacing. Ich glaube, keiner hat Internet-Probleme. Ne, da ist es wieder. Ganz kurz. Okay, das holt mich ab. Ich fange einfach kurz weg, wieder da und das Auto ist einfach brach. Was? So, bin ich wieder da? Ja, ja, ja. Oh, das gibt Rache gleich, pass auf. Ich verstehe immer nicht... Ja, okay. Nee, ja. Ich verstehe das Gemecker immer nicht. Wenn man nicht durchkommt, kommt man halt nicht durch. Oh oh. Oh oh. Ahhhhh. That was peace. That was definitely... What a fucking save. What a fucking save. He kept driving that son of a bitch. Parsons leads. Wow. Gary, back to the... Hahahaha. Der hat auf jeden Fall richtig Bock gehabt, Alter. Hahahaha. Hahahaha. Oh, konnte er nichts gegen machen. Der Jumpscare. Der Jumpscare raus der Hölle. Und siehst du, ihr sagt. Das macht einen Rimmer. Das macht einen L двüten. Was macht den. Naos drei. Das macht den. Dann. 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 Play all round Ey, da hat jemand die Bremse benutzt! Geil, Alter! Das feier ich! GG! Wow! Ich weiß, dass es für viele von euch ist, aber das war absolut fantastisch Content für diesen Stream. Danke! Oh, Maga, das würde ich ja jetzt... Das hätte ich ja nicht so gerne gehört. Gut! Die Lache dazu! Oh, geil! Oh no! Oh no! Hat er jetzt gewonnen? Ne! Madre mia! Dio! 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 immer noch am Leben? WTF? Alter, was ist hier los? Christian war definitiv nicht amused. Ich hab nicht alles verstanden, was Christian gesagt hat, aber er war nicht amused. Ojalá te ojalá te Ihhh was ist schön Die Karte! Madre mía! Por favor! Nadie nizquierda So was finde ich ja immer mega geil, wenn die Leute So eine total abgefuckte Situation noch saven Wow Oh no Maro ist definitiv nicht amused 5, 4, 3, 2 1 Demaforo Roche complete Roche Verde Derecha Continua tu derecha Continua tu derecha Er ist aber auch wirklich der Saver mit dem Mazda Das ist obwohl Hey Das ist And then at this point Instead of just staying there For us to go Go through Er He decides to Accelerate forward Just as we are going past Und das war ein 134.67. Es ist komplett auf der Rear-Left-Suspension. Oh, no. Dammit. Ich muss einen Off-Track, hier, guys. No, ich nicht. Okay, gut, gut, gut. Ich wollte wirklich weit weg, zu nicht, wie, nachdem, 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 nachdem. Ihr ist es. Oh, nein! 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 Oh, wie unlucky. Oh, wie unlucky. Genau in dem Moment, wo er es gesagt hat. Will der rejoin? Was ist das für eine witzige Einblendung? Kann ich das noch mal sehen? Das ist richtig cool. Vielleicht. Brendan ist auch gekommen. Brendan ist auch noch zu warten. Oh, oh. Oh, ich habe nicht warten. Ich bin neutral. Alter, verweilter. Oh, schade. Oh, schade. No. Der gute alte Toyota, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh Hat er das Ding jetzt gewonnen? Das war ja richtig geil, oh, das war richtig schönes Racing, ha ha ha, schön Tür an Tür, ey Hallo Mlan? Einfach zugemacht Es que es de locos tío, es de locos tío Wenn du infall ist, ist doch einfach nur wild Bandit left, fucking still there in the fear of the bandit Stewards of Warner's band track limits, keep it between your lines We can all race like that if we want All clear left All clear left And still Still there still Still there Still there Still there All clear left Idiot has gone Probably crashed Line alert Clear of the moron What the fuck? We need to slow down a bit if you don't want to penalty Alter Verwalter Da Jetzt musst du dir Jetzt mal wirklich unter uns, ne? Also der Der davor hat nen Nen I-Rating von 3k Weißt du, also Nach meinem Wissensstand sind 3k Schon so die Ich glaube Top 20% Wenn ich das richtig in Erinnerung habe so So Pima Irre Und du hast jemanden hinter dir, der hat 7k Okay? Also ich persönlich Als Dizzy Ich würde jetzt einfach sagen Okay, Maga, ey Du hast 2 Kurven Hast du mich überzeugt? Bitte Ich mach jetzt hier kein großes Tamtam oder so Ne? Alles gut? Da? Bitte? Alter der hat aber Guck dir das mal an, Alter Wie er einfach Wie er einfach rüberfährt und die Hütte dich macht Die left Idiot Has gone Probably crashed Ohhhh Haha What the fuck? We need to slow down a bit if you don't want to penalty Hey Kyle, can you tell me more about this thing where you uh, you threaten to sue people for $20,000 Uh, unless they give you $2,000? The track temperature is increasing, it's now 41 Celsius What? Oh, it caused him to spin! It caused him to spin! Get fucked! Ha ha ha! Ha ha ha! I'm a loser! Ha ha ha! Lower cars, these guys are busy fighting, they might not notice you Jesus Christ Uh oh Uh oh We crashed Ha ha ha! Carl is lalalepah What the fuck, mate? What the fuck, mate? And the car is called Carl, the right to pity and clear Ha 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 ha! What the? That was the dumbest shit I've ever seen Ha 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 ha! Hauptsache, ihr hält da volles Brick jetzt rein, Alter! Oh, come on! It's been spit! No loser! Übrigens können wir, also könnt ihr Leute nicht so als Loser titulieren? Das macht dich echt unsympathisch Achtet mal auf den Rückspiegel jetzt Der zieht voll durch Der zieht einfach voll durch Der zieht voll durch, Alter Da geh ich rein, da überhol ich noch Ist eng wie Sau, ist egal, ich geh rein Der schiebt einfach drei Autos beiseite Das war aber wirklich absolut fucking full cent, Junge Full cent reicht gar nicht, das ist Maximum Attack, Junge Einfach Maximum Attack Alter Verwalter Manche Menschen sind nicht so gesegnet scheinbar Wild 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 Bis zum nächsten Mal.